Da halte ich mich jetzt raus. Auch du kennst nicht die Länge meiner Zunge. Auch zu dir reicht sie nicht. Das, 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 darauf habe ich jetzt aber auch nicht angespielt. Das wollte ich nicht schreiben. Ah, okay, dann habe ich es falsch verstanden. Ach, guck an. Unter der Grundschule ist der Keller so. Schon wieder? Oder wie immer? Du, nicht die Größe meines Hinterns. Also wenn dein Hintern bist du mir reicht, dann bist du... quasi deine Mutter. Ah, wir haben die Dame mit dem Schwert. Ich habe irgendwas gerade gehört, dass irgendjemand hinter mir war. Äh, hier irgendwo in der... Grünschule rennt sie rum. Nein, es ist der Glockenmann. Ach, es ist der Glockenmann? Ah, ist okay. Dann hat er aber die Glocken... verdammt leise gemacht. Ja, hol mich aus dem Schrank, du weißt doch, dass ich im Schrank bin. Ach, da oben. Es ist der Glockenmann. Dann hoffe ich jetzt, dass er nicht den... Weg in den Keller findet. Erstmal muss er irgendwas finden, wo er mich aufhängt. Das ist ja das Problem. Ich sag, ah nee, er legt mich hin. Ich brauche dafür nicht die Hände. Ich kann das auch mit den Augen. Okay. Jetzt hörst du ihn. Nee, ich höre nicht. Ich habe meinen Wusch gehört. Ist auch geil. Er hat mich rausgetragen und hat mich dann einfach... liegen lassen. Entweder du bist Köder. Was natürlich durchaus sein kann. Also, ich gucke mal nach unten. Ich sehe jetzt da nichts. Bin fast mit der Erholung durch. Er guckt auch nicht gerade. Ja. Ach, jetzt kommt er. Jetzt hat er gerade geguckt. Da komme ich halt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt guckt er wieder. Es ist wieder immerhin so, so, so. Aufblitzen, nicht aufblitzen. Aufblitzen, nicht aufblitzen. Ich vermute mal, er wird... Ja, ich habe ihn gesehen. Dann geh nicht in die Richtung. Ja, doch. Er ist genau in der Richtung, in die ich jetzt gerade gucke. Auf jeden Fall habe ich mein Medkit aufgebraucht. Ach, dann kann ich ja nicht die Werkzeugkiste aus dem Keller holen. Das war jetzt das, was ich noch brauchte, so ungefähr. Ein medizinisches Kurs. Ich hoffe, dass ich meine... Dass ich meine Vorausforderungen mit dem Schrank... Weil ich stand im Schrank. Und auch in den ersten 10 Sekunden. Ja, wir werden es rausfinden, ob das reicht. Aber du hast gesehen, dass es der Glockenmann war. Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Du hast noch nicht gesehen? Nein, aber ich glaube es dir. Ja, jetzt sehe ich es. Ja, Glocke, du beruhig. Ja, er rennt. Er hat sich jetzt gerade unsichtbar gemacht. War er gerade hinter dir selber? Ja, kann sein, dass er noch hinter mir her ist. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt müsste er wahrscheinlich wieder hinter mir her sein. So, ich sehe nicht mehr. Glocke, das tut es für dich. Jedes Totem ist für dich. Und für die Entwickler, dass sie hoffentlich irgendwann einen Patch entwickeln. Für alle Fixe. Ich habe für Flocke schon zwei Totems gehabt. Sehr gut. Dann kann das mit dem Hotfix... Äh, mit dem Fix gar nicht mehr so lang dauern. Ich glaube, ich habe da ein leichtes Glutschup-Problem. War er da? Ja. Ach, du Röschelöne. Verdammt! Kurz davor. Nein, der kann mich da aufgreifen. Das haben sie also gefixt. Danke für nichts. Oder so. Hey, mich hängt da auf. Oder er trägt mich zumindest durch die Gegend. Danke! Jetzt ist er wieder in der Meer. Oder auch nicht. Bin mir nicht sicher. Er rennt hinter mir irgendwo. So teilweise. Aber eher wenig enthusiastisch. Ah, er rennt hinter dir her. Das macht natürlich Sinn. Jetzt rennt er wieder hinter mir. Ist er... Ist er hinter dir her, oder? Ja, der andere ist safe. So, muss ich da jetzt nicht zu schnell rennen. Gebt er dich auf? Nee, er lässt mich liegen. Nein, jetzt gibt er mich auf. Er hat... Er hat was gegen Leute mit blonden Haaren, würde ich behaupten. Ach, hier ist doch noch ein Haar. Diesmal rennt er nicht quer über den ganzen Bett. Jetzt rennt er wahrscheinlich Richtung uns. Ja. Der eine, der da Richtung kleines Häuslein rennt, der ist in Gefahr. Und der andere bleibt da stehen, ich hab keine Ahnung warum. Der ist AFK, der hat drei Krähen gerade über sie gehabt. Na toll. Naja, gut. Kann ja eben mal passieren. Wer da rübergeholt? Wer da rübergeholt? Ich kann nicht... Also wie gesagt, ich bin am... Ich bin am kleinen Häuschen. Na, ich vermute, er kommt jetzt gleich hierher. Ach, äh, legt gerade wieder den AFK da rum. Ich sagte, äh, liegt der AFK rum. Der hat drei Krähen über sich gehabt. Gerade eben, als wir ihn geheilt haben. Ja, dann würde ich den als Killer auch liegen lassen. Na toll, der Killer ist hier wieder. Er ist hinter dem anderen Herr, hinter dem Pumpkin. Ja. Ich war nämlich im Nachbarraum. Oh, schöne Bilder. Ist hier jetzt kein Generator? Fasziniert. Der ist eben der... Wo liegt der andere jetzt? Da drüben? Ich weiß es nicht. Jetzt liegt der Pumpkin, dafür rennt der andere. Haben sie sich gerade abgewechselt oder was? Ich hab so das Gefühl, der spielt beide. Das könnte auch sein. Aber diesen... Der eine ist, äh, Playstation, der andere PC. Äh, ha. Mal der eine, mal der andere. Mal der andere. Einer von beiden wird schnell kommen. Ja, und in dem Moment hat er mich jetzt gesehen, der Sack. Ja gut, dann hole ich mal den Pumpkin. Ne, da fängt er gerade hin. Dann würde ich mir lieber den anderen. da fängt er schon weg. Davor hänge ich jetzt. Mit ganz viel Pech. Ja, noch rennst du, deswegen... Heilen wir mal Leute durch. Schade. Hat nicht so funktioniert, wie ich mir vorgestellt hab. Ah, noch läuft. Das kann also schlimmer sein. Jetzt hat er mich. Hat aber lang gedauert. So, geht's jetzt. Vielleicht hat er da auch einfach Disconnect gehabt und konnte deswegen nicht richtig... Ich glaube, er hat sich wieder getarnt. Ja, das macht er, glaube ich, häufiger. Okay. Der Generator ist also schon. Aber du bist gleich wieder runter. Ja, von dem... Ja, genau! Ich häng genau in dem Fest! Boah, ey, da kam er genau durch die Hecke durch. Und ich hab nur noch diese... Da dachte ich so, scheiße, jetzt hängst du. Aber noch hinter dem anderen her. Ja, ja. Er kommt auch wieder zurück. Der Humpelbein. Ja, warum auch immer. Wo gejagt wird. So. So. Ich muss sagen, kannst du immer noch weitermachen. Der Hinten rennt noch hinter dem anderen her. Jetzt kommt er sich wieder versteckt. Ja, jetzt hat er sich... ...nieder versteckt. Ja, immerhin ist das kein Killer wie gerade eben der Freddy, der einfach alle niedergestreckt hat. Boah. Hat irgendwie. Jetzt bin ich mal gespannt, hinter dem er herrennt. Ja, hinter Blondie. Moment, ich bin Blondie. Ne, der andere Blondie. Der mit dem... Gesicht. Den Jiggle Puppel. Achso, der da. Der. Der Afg. Ich hab angefangen Afgka irgendwo rumlach. Und ich's getan hat. Ach, der Generator ist auch fertig. Gibt's denn hier nix mehr zu tun, oder was? Doch, hier oben ist noch ein Generator. Wir brauchen noch zwei. Ja, wir sind's jetzt... Wir sitzen gerade zu zweit an einem. Gut, ich bin alleine an einem. Bitten auf der Straße. Ja, das ist, äh, unauffällig. Ich hab grad Skillcheck aufgelucht. Scheiße. Ja, ich weiß, dass du mich findest. Jetzt ist er nicht liegen, alles klar. Ja. Da ich sonst runtergewickelt hätte. Ich glaub, da hat er mich jetzt gesehen. Jawohl, Pater. Dann auch wunderbar. Na gut, ich hab ihn zumindest noch mal betreut. Das gibt Punkte. Okay, das ist nicht liegen. Dann bleib ich liegen und heimlich aus. Ja, er haut mich, äh, haut mich auf mir auf rum. Er haut auf mich rumzuhaken. Nimm die anderen. Ja. Einer hat, äh, läuft jetzt gerade zu mir, äh, der, der, der versucht hat mich zu heilen, aber das hat nicht ganz so hart nicht funktioniert. Ich hab so das Gefühl, der sucht jetzt gerade die Leute, um sie alle zu... Ja, 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 das könnte sein. Mich hat er grad übersehen. Ignoriert. Ja, mich ignoriert er ja auch. Oder, mich hat er ja auch. Jetzt muss ich nur gucken, wo du bist. Oder wer du davon bist. Ich bin der Liegende. Ja, ich hab zwei, die ich seh. Ich seh nur einen Liegenden. Ja, ich seh zwei. Ja, ach so, ach so. Also, ich bin der, wo der Kinder gerade drüber gelaufen ist. Ich bin bei dem Generator, den du gemacht hast. Hallo, 79er. Hallöchen. Ich hoffe, du hattest einen guten Tag. Dein Termin ist angenehm verlaufen und, äh, ich hätte dich nicht drauf ansprechen sollen. Aber hoffentlich hat es zu wenigstens was zu Gutes zu essen. Ist er bei dir? Äh, es hat sich irgendwo unsichtbar gemacht, ist in der Richtung gelaufen. Ja, ich hab Herzschlag. Ich auch. Tick mich nur an und dann lauf zum nächsten. Da kommt er. Er ist nämlich hinter dir. Jetzt hebt er mich mal auf. Ständig lässt er mich auf den Boden liegen, aber jetzt hebt er mich auf. Er steht vor dem Haken und ihn lässt mich runterwickeln. Ja, er stand direkt vor dem Haken und hat mich runterwickeln lassen. Der will Punkt, dass wir auch Punkte sammeln. Ja. Bevor er uns anschließend umnietet. Er hat mich auch ignoriert danach. Ich lebe noch und esse bald, hoffentlich. Braucht ihr morgen noch einen leichten, Leichtmatrosen? Ich kann schlecht singen, aber dafür gut rumsaufen. Ha, ha. Ja, why not? Dann wäre meine Idee tatsächlich zu sagen, wir spielen zu viert. Das schlechteste Schiff von allen, weil es zu unübersichtlich ist. Da hat er sich getarnt. Der ist auch gerade an mir total vorbeigerannt, obwohl ich da direkt neben ihm war. Ich kann auch alleine entern. Ja, ich weiß, dass du das kannst, aber du musst es ja nicht. Ja, er rennt gerade an dem Mittelgenerator durch. Na, ich rede zum Häuschen. Ja, er ist auch bei uns gleich. Aber ehrlich. Ist mir scheißegal. Ich bleibe jetzt so lange hier sitzen. Das ist ja die Schaut. Er ist fast durch. Der Generator ist fast durch. Ja, wir werden mal sehen, ob ich mit dem hier vielleicht Jiralf fertig werde. Ja, er hat mich ja gar nicht drauf geschlagen. Da kommt er wieder. So, ich stehe direkt am Ausgang und mache ihn auf. Nee, 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 nein, das passt schon. An welchem du jetzt stehst? An dem, wo nicht der Generator war. Ja, ich höre es. Ablenkungsmanöver ist sehr schön. Also, zwei sind schon mal raus. Ja, und wir sind auch schon. Wir kommen direkt hinterher. Dafür gibt es einen GG. Ja. Ja, die Herausforderung ist sogar abgeschlossen. Ja, da gibt es. Ja, ich höre es. Ja, danke. Da geht's. Ich freue mich. ă, ich hoffe, das wird auch.